Die Susanne wollte immer Tierärztin werden. Und der Michael Rockstar, einer von den ganz Großen. Dann sind sie erwachsen geworden. Aus mir ist auch kein Astronaut geworden. Nur Peter wollte immer schon Bankberater sein. Und was ist aus ihm geworden? Bankberater. Wer so genau weiß, was er will, weiß sicher auch, was ich will. Wenn's um meine Vorsorge geht, ist nur eine Bank meine Bank. Raiffeisen. Meine Bank.